Wenn wir ein Zuhause formen, dann schaffen wir einen Ort, der Erinnerungen verwahrt, aber auch eine Basis für die Zukunft ist. Wenn wir ein Zuhause formen, dann tun wir das immer an Orten, die Träume nicht einschließen, sondern beflügeln. Weil ein Zuhause auch dem Alltag und dem Leben der da wohnenden Menschen eine Form gibt. Wenn wir ein Zuhause formen, dann gestalten wir nicht nur diesen einen Ort, sondern auch all das, was ihn umgibt. Wenn wir ein Zuhause formen, dann ist es auch bezahlbar für jeden. Das schließt alle Eventualitäten mit ein. Wenn wir ein Zuhause formen, dann möchten wir diesen Ort zu einem der schönsten machen und der lebendigsten. Wenn wir ein Zuhause formen, machen wir das nicht einfach so mit links, sondern immer mit beiden Händen. Mit dem Verstand und mit dem Herzen. Wir passen gut auf jedes uns anvertraute Zuhause auf. Denn genau wie die Wohnungen, Häuser und Städte, die wir formen, haben auch die Menschen darin nicht nur ein Gesicht, sondern auch etwas, was mindestens genauso wichtig ist. Manch einer nennt es Inhalt, aber wir, wir nennen es Seele. Mit dem Verstand